Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Zombies Rückblick Video. Nachdem ich mich nun World at War sowie Black Ops 1 bis Black Ops 4 einmal gewidmet habe, wird es nun Zeit, sich anderen Entwicklern außer Triarch zu widmen. Und dementsprechend geht es im heutigen Video um Infinite Warfare Zombies. Infinite Warfare wurde am 4. November 2016 veröffentlicht und neben dem jährlichen Call of Duty Multiplayer sowie einer Kampagne gab es dieses Mal auch einen Zombie-Modus. Vor Infinite Warfare hat zum Beispiel bereits Advanced Warfare 2016 mit Exit Zombies versucht am Erfolg von Triarch Zombies einmal anzuknüpfen, jedoch mit weniger Erfolg. Auch Call of Duty Ghosts aus dem Jahr 2013 hatte den Extinction-Modus, welcher jedoch etwas anders als traditionelle Call of Duty Zombie-Modi war. Mit Infinite Warfare Zombies wurde dementsprechend wiederum angenommen, dass der Modus Triarch-Zombie-Teil nicht das Wasser reichen kann. Aber ist dem nun wirklich so? Und wie gut war dieser Zombie-Modus wirklich? Mit der Veröffentlichung des Spiels gab es eine Zombie-Karte namens Zombies in Spaceland. Das Spiel beginnt mit einem Intro, in dem man den Filmemacher Willard Wyler sieht, der vor seiner Rente nochmals einen Film drehen will. Dafür trifft er sich mit vier Schauspielern, die er in seinem ersten Film dann einmal hinein projiziert. Dabei passt sich das Aussehen der Schauspieler dem Thema der Zombie-Karte an. Zombies in Spaceland soll einen Horrorfilm darstellen, der in den 80er Jahren in einem Freizeitpark in Amerika spielt. Vom DJ, der hier David Hasselhoff ist, werden auch bekannte Hits aus den 80er Jahren abgespielt. Das ist natürlich alles schön und gut, außer natürlich, dass man übrigens einen Copyright-Claim reinbekommt. Dementsprechend muss man die Musik leider abschalten, wenn man es streamt oder aufnimmt. Ihr könnt Hasselhoff auch im Spiel herumlaufen lassen. Er hilft euch sogar, euch wiederzubeleben. In der Mitte der Karte gibt es einen großen Teleporter, den man dann auch für Pack-up-Punch freischalten kann. Pack-up-Punch ist hier der Filmprojektor und die meisten Waffen kann man auch mehrmals verbessern, sobald man halt das Easter Egg gemacht hat. Dies ist auch der Mittelpunkt der Karte und von hier aus kann der Spieler dann in drei verschiedene Richtungen einmal laufen oder zurück zum Spawn gehen. Und zudem sind die anderen Richtungen auch durch einen Keller verbunden. In jedem Teil des Parks gibt es auch Fallen, die die Zombies dann einmal töten können, wie die Disco-Falle oder das große Krokodil oder es gibt so ein Karussell, das einmal die Zombies tötet. Wie in den Tri-Ark-Teilen gibt es hier auch eine Mystery-Box, aber hier ist es so ein Spinnrad, von dem man einmal Waffen bekommen kann. Neben den Wandwaffen und dem Spinnrad gibt es aber noch zwei andere Möglichkeiten, um an Ausrüstungen oder Waffen zu kommen. Zum einen lassen erledigte Zombies Münzen fallen. Es gibt blaue, rote und grüne Münzen. Auf der Karte selbst sind dann so Verkaufsautomaten verteilt, an denen man dann die Münzen benutzen kann, um verschiedene Ausrüstungen zu bekommen. Pro Ausrüstung gibt es eine bestimmte Farbenkombination am Automaten. In welcher Reihenfolge man die Farben aber einwirft, ist dabei egal. Hauptsache es ist am Ende die Farbkombination. Neben den Münzen gibt es auf Spaceland aber auch noch die Tickets. Durch Aufgaben des Roboters kann man Tickets bekommen oder durch Minispiele auf der Karte selber. In der Spielhalle gibt es unzählige Spiele, bei denen man Tickets gewinnen kann. Wenn man besser abschneidet, bekommt man auch natürlich mehr. Alternativ kann der Spieler auch die Achterbahn im Polar Peak benutzen und dort während der Fahrt Ziele abschießen und dann Tickets verdienen. Für die Tickets kann man sich unter anderen Eisgranaten oder Waffenaufsätze kaufen. Für die Tickets kann man sich dann unter anderen Eisgranaten oder Waffenaufsätze oder eine Eiswaffe kaufen. Oder es gibt auch Gegenstände wie die Goldzähne, die man zum Beispiel als Teil der Elementaraufsätze Questline braucht. Auf Zombies in Spaceland gibt es vier Wunderwaffen, die man zusammenbauen kann. Die Discord, Facemalter, Headcutter und Shredder. Alle paar Runden gibt es die Clown-Runden, in denen der Spieler von Clowns überrannt wird. Am Ende einer solchen Runde gibt es jedes Mal maximale Munition. Außerdem gibt es einen großen Spezial-Zombie namens Brood. Dieser erscheint alle paar Runden und hält um einiges mehr aus als normale Zombies. Als Zombies in Spaceland rauskam, hielt der Brood sogar so viel aus, dass er eigentlich in höheren Runden unbesiegbar war bzw. ohne Ende Ammunition geschluckt hat. Und das von Pack-a-Punch-Waffen, bei denen das Auffüllen sehr, sehr teuer ist. Daher wurde dieser Spezial-Zombie kurz nach dem Release genervt und schwächer gemacht. Gleiches gilt übrigens für den Bosskampf der Karte gegen das Alien. Am Ende des Easter Eggs müssen Spieler ein blaues Alien besiegen, indem man es verletzt und dann die zwei Sicherungen auf dessen Rücken kaputt schlägt. Anfangs hatte dieses Alien so viel Gesundheit und hat so viel Schaden gemacht, dass der Bosskampf ebenfalls genervt wurde. Ich erinnere mich noch gut daran, da als die Karte rauskam, man nicht unbedingt diesen Bosskampf schaffen wollte. Mir ging die Munition im Kampf aus. Ich habe mir dann eine Wandwaffe geholt und bin wirklich circa 40 Minuten mit dem Zombie-Train eben hin und her gelaufen, um das Alien einfach langsam zu erledigen. Das Level-Design von Spaceland ist top, genauso wie die lustig angehauchte 80er-Atmosphäre. Und es gibt neben dem Haupt-Easter Egg mit dem Ghost-and-Skulls-Easter Egg nochmal ein riesiges Easter Egg. Man muss auf dieser Karte sogar erst einmal das Alien besiegen und dann weiterspielen, um den Spielautomaten mit dem Skulls-and-Bones-Spiel in der Spielhalle überhaupt anzuschalten. Diesen Spielautomaten gibt es übrigens auf jeder Infinite Warfare-Zombies-Karte. Nur in Shaolin Shuffle heißt es einmal Skullbuster, Skullhop in Attack of the Radiative Thing und Skullbreaker in The Beast from Beyond. Um den Automaten zu bedienen, muss der Spieler sechs Totenköpfe aufsammeln. Und nur vier sind vor dem Alien-Boss-Kampf einmal erhältlich. Schließt der Spieler dann das Skulls-and-Bones-Spiel einmal erfolgreich ab, so erhält man alle Perks permanent, auch wenn man darum geht, außer das Up-and-Adams-Perk im Solospiel. So sehr wie ich Zombies in Spaceland aber als Karte mag, es gibt auch einige Probleme, wie zum Beispiel die Munition auf der Karte. Wie bereits erwähnt, ging mir persönlich die Munition im Bosskampf aus und man sollte nicht davon ausgehen, dass man Schicksalskarten dabei hat, um sich Munition wieder aufzufüllen. Vor allem, wenn die Karte erst rauskam beispielsweise. Viele Leute haben ja auch fast noch keine Karten, weil sie noch nicht gespielt haben. Diese Karten sind so ähnlich wie das Kaugummi-System aus Black Ops 3. Im Menü kann man sich seine Karten vor dem Spiel aussuchen und dann mitnehmen und benutzen. Durch Kisten im Menü kann man dann per Zufall mehr von diesen Karten erhalten. Es gibt neun Power-Ups im Spiel, aber es findet leider wirklich sehr selten statt, dass man überhaupt eins bekommt. Klar, in niedrigeren Runden sieht man mehr Power-Ups, weil die Runden schneller vorbeigehen, aber umso höher man spielt, umso mehr fällt einem auf, dass man so gut wie keinen Drops bekommt und irgendwie immer die Munition knapp ist. Auch der Bosskampf im Solo ist meiner Meinung nach einfacher als zum Beispiel im Vierspielermodus. Pro Spieler spawnt nämlich ein Alien. Das heißt, dass man im Solo-Modus ein Alien besiegen muss, im Vierspieler aber sogar vier Stück. Und generell ist hier dieses Mittelabteil mit mehreren Spielern schwieriger zu laufen. Im Solospiel hat man dann den ganzen Raum für sich, dementsprechend finde ich das besser, aber gleichzeitig macht das natürlich das Easter Egg für Koop-Spieler unnötig schwerer. Ich würde sagen, zu zweit oder so kann man sich das noch besser aufteilen, aber ich glaube, ab drei Spieler wird das wirklich eng. Zombies at Spaceland ist ne gute Karte und für mich wohl die beste Infinite-Wolf für Zombie-Karte. Anfangs wurde der Zombie-Modus hier von vielen Spielern belächelt, aber wenn man nach etlichen Jahren das Design und das Thema hinter dieser Karte betrachtet und vor allem wie viel Inhalt auch auf dieser Karte ist, bleibt nur zu sagen, dass wirklich viel Herz und viel Detail in diese Karte gesteckt wurde. Und ich meine, wer von uns liebt David Hasselhoff nicht? Mit dem Sabotage-Deal-See im Januar 2017 gab es dann die zweite Zombie-Karte namens Rave in the Red Woods. Die Geschehnisse finden hier nun in einem Horrorfilm im Bear Lake Summer Camp in Amerika in den 90er Jahren statt. Somit ist dieses Horrorthema an Horror-Slasher wie zum Beispiel Freitag der 13. Center angelehnt. Nachdem unsere vier Charaktere den Seelenschlüssel, nach dem besiegendes Alien einmal aufgenommen haben, werden sie zu einem Sommercamp teleportiert, bei dem dann ein Rave stattfindet. Wie in Spaceland gibt es auch hier wieder einen Star-Charakter. Es handelt sich hierbei um Kevin Smith. Storymäßig muss man einmal herausfinden, was mit Kevin Smiths Freund Jay passiert ist. Es gibt verschiedene Bereiche auf der Karte. Man startet in einer Holzhütte, dann gibt es einen See, das Camp selbst, einen großen Lagerfeuerbereich, sowie die Bühne mit dem Rave. Die Karte an sich ist total bunt gestaltet und ziemlich schrill, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Besser als monotone Graustufen, wie zum Beispiel in WoW-Töl-Sombies. Wie bereits bei der ersten Karte gibt es auch hier wieder Münzen, die man bei Statuen abgeben kann, um Ausrüstung zu bekommen. Es gibt auch hier wieder vier Wunderwaffen. Hier sind es vier Armbrüste, die man dann zu vier Elementarwaffen verbessern kann. Klingt ein bisschen vertraut, oder? Der Eisendrache. Aber ich meine, das ist hier kein Bogen, sondern eine Armbrust. Also ist es nicht das Gleiche. Um fair zu sein, spielten sich die Waffen hier auch sehr unterschiedlich als in Black Ops 3. Neben kleinen Easter Eggs wie Waffenanhänger, die einem unterschiedliche Fähigkeiten im Spiel geben, wie zum Beispiel, dass der Spieler vom Wasser nicht verlangsamen wird, gibt es vor allem diesen Feenstaub, der die Karte komplett verändert. Wirft man so einen Staubbeutel in eines der Lagerfeuer auf der Karte, dann verändert sich die Karte und alles ist Neon. In diesem Modus kann man durch Blumen den Effekt verlängern. Es gibt verschiedene Quest-Schritte, die man hier in diesem Drogen-Modus machen muss. Ich meine, es gibt hier so einen Schritt, da muss man ein Würstchen auf den Hirschkopf im Rave-Modus werfen, damit dieser anfängt zu fliegen und dann kann man ihn abschießen oder einmal hauen. Das ist irgendwie schon wieder so dumm, dass es wieder lustig ist. Jedoch sollte man im Rave-Modus auch aufpassen, denn man wird hier von einem Slasher verfolgt, der einen erledigen möchte. Im Keller gibt es ein Spinnrad mit einem Zombie. Wenn man alle Messer in den Kopf trifft, dann bekommt man sogar maximale Munition. Also es kommt kein Drop raus, sondern die Munition wird aufgefüllt. Das fand ich damals, als wir Fireland gespielt haben, mega hilfreich. Für Ferkapatsch muss man dann mit einem Boot zur Insel, auf der Kevin Smith ist, einmal fahren. Und nein, die Sequenz kann man nicht, nachdem man es einmal gemacht hat, skippen, sondern diese Bootsfahrt muss man sich wirklich immer wieder anschauen. Keine Ahnung, was man sich hier dabei gedacht hat. Ich meine, es gibt andere lange Pack-up-Punch-Sequenzen, wie zum Beispiel auf Gorokrawi, Black Ops 3, wo man mit dem Drachen drüber fliegt und alles, aber das sieht wenigstens nach was aus. Aber wie gesagt, hier muss man halt wirklich nur im Boot sitzen, bis man auf der Insel angekommen ist. Wie in Zombies in Spaceland gibt es auch hier wieder ein Skies and Bones Easter Egg und mit verschiedenen Schritten kann man auch hier dann wieder am Automaten spielen. Am Ende des Easter Eggs stellt sich heraus, dass Kevin Smith der Endboss ist und wir müssen diesen besiegen. Im Gegensatz zu Zombies in Spaceland ist dieser Bosskampf aber um einiges einfacher. Da man auf der Insel so viel Platz hat, fällt einem das Training der Zombies auch sehr, sehr leicht, im Vergleich zum Beispiel zum engeren Zombies in Spaceland-Raum. Als kleines Extra gibt es nach dem Beenden des Easter Eggs die kreisige Smiley, die man dann unten im Keller unter dem Spawn einmal aufheben kann. Anfangs war diese Waffe so aber powered, dass man mit ihr einfach in der Ecke campen konnte und auf hohe Runden spielen konnte. Man musste nichts machen, einfach das Teil laufen lassen. Ich mag Rave in the Redwoods. Nicht ohne Grund haben wir damals auf Spaceland eine Co-op Hyrule bis Runde 100 gespielt und auf Rave in the Redwoods bis 113. Leider ändert hier aber schon fast, meine Liebe, was diese Karten in Infinite Warfare angeht. Ich persönlich finde, dass es nach den ersten zwei Teilen einfach steil bergab ging. Im April kam dann die dritte Zombie-Karte namens Shaolin Shuffle heraus. Die Geschehnisse finden dabei in New York City im Jahr 1972 statt und als Star-Charakter haben wir diesmal Pam Greer. Unsere vier Schauspieler wurden einmal nach Rave in the Redwoods hierher teleportiert. Zum ersten Mal sehen wir direkt in der Intro-Cut-Szene, wer unser Endboss sein wird, und zwar der Rattenkönig. Das Alien oder der Slasher aus den anderen Karten wurden nie wirklich vorgestellt in der Cutscene, sondern waren einfach am Ende die Endbosse. An sich sieht die Karte ganz schick aus. Alles ist eben im 70er-Jahres-Stil gehalten, die Zombies sowie die Stadt sehen auch sehr, sehr gut aus. Die Spieler können vier verschiedene Qi-Fähigkeiten erlangen, die man dann im Kung-Fu-Modus eben aktiviert. Durch ein kleines Easter Egg kann man zum Beispiel Nunchucks bekommen, oder wenn man das Haupt-Easter Egg gemacht hat, kann man sich die Katana im Dojo abholen und dann in den nächsten Spieldurchläufen für 10.000 Punkte kaufen. Das größte Problem, das ich mit Shaolin Shuffle habe, sind einmal die Ninja-Zombies und einige Schritte aus dem Haupt-Easter Egg. Diese Ninja-Zombies sind einfach so unfair designt, dass es abartig ist, wenn sie im normalen Spieldurchlauf spawnen, so wie zum Beispiel im Bosskampf. Das ist einfach nur Folter. Es ist schwer von ihnen wegzulaufen, da diese Ninjas sich teleportieren können und durch die Luft mit ihrem Roundhouse-Kick auf einen zufliegen. Aber im Vergleich zum Beispiel zu Hunden aus den Tri-Arg-Teilen zählen die Hits von den Ninja-Zombies als reguläre Hits und man kann wirklich übelst schnell down gehen. Das macht puff, 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 alle fliegen auf einen zu und ja, noch ein normaler Zombie-Hit und dann war's das. Einfach nur schlechte sein, meiner Meinung nach. Ich meine, die können ja nervig sein und schnell sein, aber dann müssen sie einmal den Schaden, den die Zombies machen, einfach ein bisschen runterschrauben. Das andere Problem ist, wie gesagt, das Haupt-Easter Egg, beziehungsweise manche Schritte. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Easter Egg-Schritte sehr nervig waren, als ich die Karte zum ersten Mal gespielt habe. Und jetzt, wo ich sie wieder gespielt habe, hat sich meine Meinung nicht wirklich geändert. Vor allem, da der Rattenkönig so viel schluckt, was Munition angeht. Natürlich gibt es heute viel bessere Waffen, beziehungsweise man weiß genau, was man benutzen muss, damit man diese Schritte schneller erledigen kann. Bei einem Schritt muss man mit dem Auge des Rattenkönigs Symbole an den Wänden finden. Sehr langwierig. Das Schlimmste ist dieser ätzende Morse-Code, den man am Telefon in der U-Bahn-Station hört und dann das zugehörige Poster finden muss. Wie kommt man auf so eine Idee, Morse-Codes einzubauen? Alleine wenn man schon Solo spielt, hat man immer eine Zombie-Idee einen versucht, von hinten in den Rücken einmal totzuschlagen. Der Zombie-Modus wurde nie wirklich dafür ausgelegt, solche Schritte in Quests zu erledigen. Erinnert euch einmal daran, wie Zombie-Modus angefangen hat, mit Nacht der Untoten und so, auf einer kleinen Box-Map? Da gab es nicht wirklich viel, sondern einfach nur Runden überleben. Ich meine, Quest-Strihte sind schön und gut, aber wenn halt so Quest-Strihte komplett gegen die Natur oder eben so Grundfunktionen von dem Modus selber entgegensteuern, ist das ziemlich nervig. Ich meine, klar, ihr könnt jetzt sagen, ja Simone, hör mal auf zu meckern, spiel doch einfach Koop. Sorry, Leute, dass ich keine Freunde habe. Nicht jeder hat einen Mitspieler, okay? Und man möchte das auch alleine schaffen. In World of Two-Sommies geht es auch so um den Morse-Code-Schritt. Also ich kann sowas einfach echt null ab. Da bekomme ich richtige Pickel am Arsch bei sowas. Wie gesagt, das ist definitiv ein Vorteil, mit Freunden zu spielen, wenn man Freunde hat. Weil dann hat man einen Dulli dabei, der einfach den Zombie hält. Der Bosskampf an sich besteht aus drei Schritten. Pro Schritt muss man dann ein bestimmtes Ziel erfüllen. Mit einer guten Strategie ist der Bosskampf auch nicht schwer, außer eben die nervigen Ninja-Zombies. Generell ist aber auch dieser Kampf, wie die meisten in Infinite Warfare, generell ist aber auch dieser Bosskampf, wie die meisten in Infinite Warfare, einfacher, wenn man ihn im Bossmodus zuerst übt. Denn dann verschwindet man nicht super viel Zeit, die Easter Egg-Schritte zu machen, um dann eben im Bosskampf zu sterben und alles erneut zu versuchen. Der Bossmodus als Extraspielmodus ist ohnehin einfach eine super Idee gewesen. Ja, Shaolin Schaffes sieht abschließend eigentlich ganz cool aus, also so ein paar Animationen, wie zum Beispiel die Ratte im Easter Egg. Also da reden wir jetzt mal nicht drüber. Die Atmosphäre ist super gemacht, aber Sachen wie die Ninja-Zombies oder ätzende Easter Egg-Schritte verderben mir die Karte sehr. Ach ja, und natürlich gibt es auch hier wieder ein Ghost-in-Skull-Easter Egg mit Samt-Automaten zu machen und Rollerskated-Zombies aus Hunderunden, was ich ehrlich gesagt richtig cool finde. Attack of the radioactive thing Ich weiß gar nicht, wo ich bei dieser Karte anfangen soll. Gibt es überhaupt was Positives, was ich darüber sagen kann? Veröffentlichung war im Juli 2017, aber die Karte ist einfach so schlecht. Ich habe keine Ahnung, was man sich bei dieser Karte gedacht hat. Allein die Farben auf dieser Karte sind so schlecht. Alles so blass und grau, aber trotzdem farbig. Auch wenn das wahrscheinlich, eventuell, wahrscheinlich sicher, ich weiß was ich meine, mit Absicht so gemacht wurde, ist es für den Spieler einfach eine Folter, das so zu spielen. Ich kann mich noch erinnern, als die Karte rauskam und ich habe das damals gestreamt. Ich bin mit einer Sonnenbrille im Stream gesessen, weil die Karte so eklig hell ist und mir meine Augen so übelst weh getan haben. Ich konnte es auch nicht runterstellen. Ich meine, bis in den Haus reingegangen, dann ging es, aber du gehst da raus, es war einfach zu grell. Nach den Geschehnissen von Shaolin Shuffle wird unsere Crew in den Film Attack of the Radiative Thing teleportiert. Diese Karte soll einem Horrorfilm aus den 50er Jahren nachempfunden sein. Wenn man anfangs spawnt, ist alles sogar in schwarz und weiß gehalten und man muss erstmal den Strom einschalten, damit man Farbe bekommt. Aber eventuell wäre es besser gewesen, hätte man alles schwarz und weiß gelassen. Ja, so ein Feature kennen wir aber bereits von Ascension in Black Ops 1. Auch diese Karte ist in schwarz und weiß, bis man den Strom einschaltet. Unser Star auf der Karte ist dieses Mal Elvira, die wir auf einer ikonischen roten Couch sitzend finden können. Die Spezialrunden sind Krogs, also Monsterfrösche. Auch diese sehen ziemlich ulkig aus. Ich habe kein Problem mit ulkig oder Over-the-top Sachen, wenn es halt richtig gemacht ist. Neben der Farbpalette ist auch die Kartengröße in Verbindung mit dem Easter Egg ein Problem. Die Karte ist wirklich sehr groß und für das Easter Egg muss man so viele Gegenstände aufsammeln, es ist einfach nur nervig. Solche Easter Egg Schritte, bei denen man wirklich nur hin und her läuft, um Sachen aufzuheben, habe ich bereits auf Dead of the Night und Tag der Toten von Black Ops 4 stark kritisiert. Es sind einfach langweilige Schritte mit wenig Einfallsreichtum. Und Attack of the Radiative Thing ist um einiges schlimmer als die Black Ops 4 Karten. Man muss auf der Karte sechs Zombie-Teile, drei Bombenteile, drei Glassplitterteile, eine Karte und drei Teile des Chemie-Tisches einmal einsammeln. Außerdem muss man das Reagenzglas für Elvada füllen und Pack-a-Punch zu öffnen, Elvadas Buch aufsammeln, den Bombencode finden und merken, da man dann am Ende das Easter Eggs das Menü mit dem Code nicht mehr aufrufen kann, um es einmal anzugucken und einmal den Code in die Bombe einzugeben, also muss man sich den Code auch merken. Man muss das Reagenzglas ein zweites Mal auffüllen und jede Zutat für den Chemie-Schritt das Easter Eggs aufsammeln. Je nachdem, welche Zutaten man eben in dem Spieldurchlauf dann braucht. Und natürlich gibt es dann noch den Wave Generator, den man bauen muss, so wie das Violet Ray Device, das Mind Control Device und das Hab Noisest Device. Pro Falle muss man dann jeweils einen Bauplan und drei Dinge finden, um es zusammenzubauen. Also vier Bauteile und zwölf Gegenstände. Aber man kann immer nur einen Gegenstand aufnehmen, wenn man diese Baupläne macht, und dann an der Werkbank abgeben und dann wieder laufen und das nächste holen und wieder abgeben. Richtige Transit-Vibes bloß hundertmal so schlimm. An sich hat das Easter Egg nur vier Schritte. Packer Punch öffnen, Garagenschlüssel aufsammeln, Chemie-Schritt machen und die Bombe und dann der Bosskampf. Klingt an sich ja nicht schlimm, aber wie gesagt, als erstes muss man einmal tausend Gegenstände einsammeln und zusätzlich dann wirklich seinen Kopf benutzen, was den Chemie-Schritt angeht. Auf der Karte sind Gleichungen versteckt, die euch den Dosierungswert anzeigen. Also als erstes muss man einmal schauen, in welchem Farbschema man die Karte braucht, um dann zu erfahren, welche Inhaltsstoffe man braucht, um die Bombe zu bauen. Es gibt mittlerweile Websites wie den Chemistry Calculator, auf der man eingibt, was man für einen Wert für die erste Gleichung hat, damit man diesen Schritt überspringen kann. Und dann, sobald man weiß, welche Inhaltsstoffe man braucht, kann man eine weitere Website benutzen, um herauszufinden, welche Gegenstände man dafür braucht, also aufsammeln muss, und welche Nummern man dann am Chemietisch eingeben muss. Als die Karte aber rauskam, gab es diese Webseiten nicht. Und auch wenn man nun Hilfe bei diesem nervigen Schritt hat, ist das wohl das schlimmste und dümmste Easter Egg, was ich jemals im Zombie-Modus gespielt habe. Kein Zombiespieler will das Haupt-Easter Egg spielen und dann Chemie-Gleichungen lösen und eine Bombe herstellen. Sowas macht keinen Spaß, sondern es ist einfach nur frustrierend. Die Entwickler dachten sich wohl, haha, das ist hier, das Nonplusultra an komplizierten, langen Easter Egg. Da brauchen die YouTuber und die ganzen Spieler extra lange, damit sie das schaffen können. Aber das Problem ist, alles, was dieses Easter Egg und diese Karte in mir persönlich auslöst, ist Frustration. Und ich möchte das Spiel einfach beenden. Und wenn ich diesen Schritt richtig gemacht habe, klopfe ich mir nicht auf die Schulter und sage, haha, gut gemacht, Simone. Hast du selber dein Köpfchen angestrengt? Nee, wenn ich das mache, dann sage ich, haha, gut gemacht, Simone. Du hast nur 10 Minuten gebraucht, um das alles in die Website jetzt einzugeben. Ich schaue gerade mein altes Easter Egg-Tutorial dazu an und ich musste so lachen, als ich den angepinnten Kommentar dazu fand. 100% Das ist so true. Der Bosskampf an sich ist in Ordnung, vor allem wenn man weiß, wie man den Laser-Schnitte am Ende einfach umgehen kann. Aber alle diese Schritte zu machen, um diesen Bosskampf zu besiegen, lohnt sich nicht. Nicht alle Spieler spielen Zombie-Karten für Easter Eggs, aber Attack of the Radiative Thing war so eine schlechte Karte, dass Jahre nach dem Release immer noch niemand hohe Runden darauf spielt. Kurz nach der Veröffentlichung hat Salki eine 100 erspielt, die ewig gedauert hat, weil es keine gute Strategie gibt oder gab und es hat sehr lange gedauert, bis irgendjemand diese Runde überboten hat. Niemand spielt diese Karte. Wenn ihr den Directors Cut wollt, dann müsst ihr dieses Easter Egg leider machen, aber ansonsten macht einen ganz großen Bogen um diese Map. Glaubt's mir. Eure Nerven werden mir danken. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob mir Attack of the Radiative Thing lieber ist als Vanguard Zombies. Vanguard Zombies hat keinen Inhalt und ist richtig schlecht, aber Attack tut mir einfach in den Augen weh und im Kopf. Die letzte Karte ist The Beast from Beyond und kam im September 2017 heraus. Die Karte an sich spielt auf einer Raumstation, jedoch beginnt diese Karte anders als normale Karten. Statt Zombies haben wir Cryptids als Gegner. Die kennt ihr vielleicht noch von Call of Duty Ghosts. Dort gab es den Extinction Modus, in dem man gegen Horden von Cryptids kämpfen konnte. Und hierbei liegt schon das erste große Problem dieser Karte. Um normale Zombies spawnen zu lassen, muss man Nils Kopf finden und im Spawnraum abgeben. Und das ist für viele Spieler gar nicht so einfach, da die Cryptids sehr aggressiv und sehr schnell sind. Die Karte besteht aus dem Raumstation-Innenteil, einer verschneiten Außenanlage und dem Theater, zu dem man sich einmal teleportieren kann. Im Gegensatz zur letzten Karte gibt es hier aber fast nichts zusammenzubauen und auch kein Ticketsystem oder Münzsystem wie in Zombies in Spaceland oder Raven Redwoods. Inhaltlich fällt diese Karte ziemlich flach. Zwar hat man wieder Clown-Zombies wie in Spaceland, aber auch eben Cryptids und die dummen Ninja-Zombies aus Shaolin. Der East Egg-Bosskampf ist ein Kampf gegen Cryptids und Rhinos. Und die großen blauen Rhinos fressen ordentlich, was Munition angeht. Klar, wie bei vielen Karten, die schon älter sind, ist es mittlerweile so, dass man den Bosskampf einfacher gestalten kann, weil man eben bessere Strategien hat als kurz nach dem Release. Aber nichtsdestotrotz kann ein aufgeladener Angriff von einem dieser Rhinos einen Redscreen verursachen und dann muss man nur noch kurz von Encrypted gehitled werden und man ist down. Es gibt überall blaue Flammen, die natürlich auch Schaden verursachen. Die Schritte des Haupt-Easter-Ecks sind nicht sehr schwer und eigentlich ziemlich schnell zu erledigen. Nur eben der Bosskampf ist sehr langwierig und teilweise unfair gestaltet. Als Wunderwaffe gibt es hier die Venom-X, wofür man einige Schritte machen muss, um sie zu bekommen und zu verbessern. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man diese Waffe aber dann im Directors Cut direkt vom Wunderrad bekommen. Es gibt auch noch den Entangler. Diese Waffe gibt es, wenn man das Ghosted Skull Easter Egg auf der Karte beginnt und den ersten Schritt macht. Es gibt wirklich nicht viel zu Beast from Beyond zu sagen. Es ist keine gute Karte und hat auch nicht viel Inhalt. Jedoch hat sie den besten Bosskampf in der Zombie-Geschichte im Directors Cut. Und sie tut mir nicht in den Augen weh. Wie bereits angesprochen, bekommt man einiges an Belohnungen, wenn man die Easter Eggs in Infinite Warfare erfolgreich abschließt. Und das finde ich eine grandiose Idee. Dem Spieler eine Belohnung zu geben und damit die Easter Eggs noch besser zu machen, ist einfach toll. Macht man das Zombies in Spaceline Easter Eggs, bekommt man Zugang zu David Hasselhoffers Spielcharakter und Doppelt Packer Punch. Um die Starfigur der jeweiligen Karte zu spielen, muss man im Hauptmenü den bestimmten Code eingeben. Sowas wie Steuerkreuz, rauf, runter, links, rechts. Ihr wisst, was ich meine. Solche Details sind sehr an alte Spiele auf alten Konsolen angelegt, bei denen solche Cheat Codes normal waren. Generell gibt es in diesem Zombie-Modus so viele Pop-Culture-Referenzen aus alten Zeiten. Also das mit den Cheat Codes finde ich einfach cool gemacht. Auf Brave in the Redwoods kann man Kevin Smith anschließend spielen und wie bereits erwähnt, kann man dann die Smiley-Kreissäge nach dem Easter Egg im Keller aufnehmen. In Shaolin Shuffle kann man die Katana im Dojo nach dem Besiegen des Rattenkönigs kaufen und der Code für Pam Greer ist im Menü einlösbar. Auf Attack of the Radioactive Thing gibt es nur den Code für Elvira nach dem Easter Egg. Bisschen Underwhelming, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, so ein langes, doofes Easter Egg und dann nur Elvira. Schließt ein Spieler nun aber alle dieser Easter Eggs ab und dann noch das Beast from Beyond Easter Egg, dann schaltet dieser Spieler den Directors Cut frei. Die ultimative Belohnung fürs Erledigen alle Haupt-Easter Eggs. Mit dem Directors Cut startet man jede Karte mit 20.000 Punkten und allen auf der jeweiligen Karte erhältlichen Perks. Alle Waffen in der Kiste, also dem Rat, sind bereits Packer Punched. Aber das war noch nicht alles, denn das Beste kommt noch. Wenn ein Spieler im Directors Cut nochmal das Haupt-Easter Egg auf allen Karten macht, dann bekommt dieser einen Talisman pro Karte. Sammelt man dann alle Talismane, also man macht, wie gesagt, alle Easter Eggs nochmal im Directors Cut, dann gibt es dann nach dem Beast from Beyond Bosskampf den richtigen Bosskampf. Und zwar den Mephistoteles-Bosskampf. Und ja, ich weiß, man muss Attack of the Radiactive Thing zweimal machen. Der Mephistoteles-Bosskampf wird von vielen Zombiespielen als der beste Call of Duty-Bosskampf angesehen und ich kann dem nur zustimmen. Es ist nicht gerade einfach, diesen Boss zu besiegen, aber natürlich kann man auch diesen Kampf im Bossmodus zuvor üben. Aber damit sind wir immer noch nicht fertig, denn wenn man den Mephisto-Bosskampf geschafft hat, gibt es noch eine letzte Belohnung für den Spieler. Und zwar kann man dann als Willard Wyler selbst in Zombies in Spaceland spielen. Riesenprops an die Entwickler für alle diese Belohnungen. Ich finde, das ist eine tolle Idee und es wäre schön, wenn das mehr Zombie-Modi so machen würden. Infinite Warfare Zombies hat Stärken und Schwächen. Karten wie Zombies in Spaceland und Rafe in the Redwoods sind sehr gut gemacht und machen wirklich Spaß zu spielen. Es gibt unzählige kleine Easter Eggs und jede Karte hat eine berühmte Figur als extra Charakter. Um Bosskämpfe zu üben, ohne jedes Mal das komplette Easter Egg auf einer Karte spielen zu müssen, gibt es hier einen Modus, wo man nur den Bosskampf spielen kann. Wie gesagt, super Idee. Und wie eben angemerkt, sind die Belohnungen einfach tiptop, die es für die Easter Eggs gibt. Leider hat aber Infinite Warfare Zombies auch etliche Schwächen. Nach Rafe in the Redwoods ging es leider mit den Karten bergab. Attack of the Radiative Thing war dabei so schlecht, wie gesagt, ich will das einfach nur verdrängen, um ehrlich zu sein. Beast from Beyond war auch nicht sehr gut, aber durch den Mephisto-Bosskampf wird zumindest etwas rausgeholt. Leider sind halt zwei gute Karten von fünf insgesamt nicht gut genug meiner Meinung nach, um ein komplettes Spiel zu kaufen oder halt den Zombie-Modus selbst als sehr gut zu bewerten. Infinite Warfare Zombies ist kein Meisterwerk, aber ich denke, dass es viele Spieler am Anfang unterschätzt haben. Ist das Spiel gerade beim Angebot oder ihr möchtet den Zombie-Modus mal ausprobieren, dann würde ich es euch trotzdem empfehlen, da vor allem, wie gesagt, Zombies in Spaceland eine super Karte ist. Und ich meine, man muss sich keine DLCs kaufen, Zombies in Spaceland ist in der normalen Version bereits vorhanden. Und wenn man diesen Modus mit dem letzten Zombie-Teil, also Vengar-Zombies vergleicht, dann ist Infinite Warfare Zombies um Weitem besser und das ist kein Tri-Arg-Teil. Weil wie gesagt, früher haben die Leute immer gesagt, Tri-Arg macht die besten Zombie-Modi, nichts kommt an Tri-Arg dran. Aber seit Vengar-Zombies ist das sowieso komplett anders und mit Black Ops 4 ging es auch ziemlich bergab, aber das ist eine ganz andere Story. In dem Sinne, dürft ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr Infinite Warfare Zombies findet. Habt ihr Infinite Warfare Zombies überhaupt gespielt? Oder werdet ihr das vielleicht mal spielen? Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis dann!